Du hast jetzt Biologie studiert und bist in die Unternehmensberatung eingestiegen. Würdest du rückblickend sagen, es war die richtige Entscheidung oder hättest du lieber BWL studiert? Nein, das war auch rückwirkend die richtige Entscheidung, weil ich das auch fachlich interessant fand und weil ich einfach dadurch auch Fähigkeiten angeeignet habe, die ich später, die jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit als Unternehmensberater ja brauche. Es ist auch kein Entweder-Oder. Man kann mit beiden, sowohl mit BWL als auch mit Biologie, in die Beratung landen. Der Unterschied zwischen beiden ist, man bringt unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Kenntnisse und vor allem als Naturwissenschaftler muss man sich dieses fachliche später noch aneignen. Aber das Studium bereitet eigentlich für die Beratung super vor.